Willkommen zurück zum Karrieremodus, hier ist F1 2017. Wir sind unterwegs im fünften Rennen dieser dritten Saison mit dem Renault gegen die Bots of Ultimativ 110. Heute starten wir rein in den großen Preis von Catalonia in Spanien. Und hier sehen wir, was wir bisher schon mal erreicht haben, nämlich zwei erste Plätze, einen sechsten Platz und einen zweiten Platz. Das bringt uns momentan auf P1 in der Gesamtwertung. Bevor ich das vergesse, an der Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön für 71 Daumen nach oben auf die letzte Folge. Das ist ja genau das, was ich eigentlich gesagt habe. 70 Daumen nach oben, das wäre wirklich richtig geil. Und genau das habt ihr quasi auch da gelassen und würde mich freuen, wenn die heutige Folge auch wieder 70 Daumen nach oben erreichen könnte oder sollte oder wird, wie dem auch sei. Wir starten rein in den inhaltlichen Teil dieses großen Preises von Catalonia hier in Barcelona. Wir sehen, es ist ein regnerisches Training, aber das sollte inzwischen gar kein Problem mehr sein. Denn, ja, ich sag mal, Regen in F1 2017, das habe ich jetzt so langsam aber sicher raus. Und wir sehen, wir haben kurz vor dem ersten Training hier in Catalonia rechts die alten Komponenten reingepackt, logisch, um halt die neuen Komponenten uns für das Rennen aufzusparen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier über die ganze Saison gesehen, ich glaube, vier oder fünf komplett neue Komponenten zur Verfügung. Und ansonsten gibt es halt eine Strafe. Ich glaube, vier sind vorgesehen und sobald man das fünfte installiert, gibt es dann eine Strafe. Und wir sind jetzt schon bei, ja, bei den zweiten komplett neuen Komponenten. Da haben wir jetzt aber gerade erst mit angefangen. Das bedeutet, wir sind noch ganz gut im Plan. Und, ja, ich denke, irgendwann in irgendeinem Rennen, wahrscheinlich gegen Ende der Saison, wie auch schon letzte Saison, werde ich wahrscheinlich wieder mal in den sauren Apfel beißen müssen und werde höchstwahrscheinlich eine Strafversetzung in Kauf nehmen müssen, damit das Auto bis zum Ende der Saison durchhält. Aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen und bis dahin können wir schauen, dass wir hier die Ressourcen so gut sparen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ja, wir sehen, wir haben hier auf unserer Strecken-Aklimatisierungsrunde auch mal wieder alle Türchen auf Wieler durchfahren. Und das ist, ja, sehr schön, würde ich sagen. Das bringt uns auf 50 Ressourcenpunkte in diesem Bereich. Und auch hier das Benzinmanagement, ich habe es schon oft erwähnt, im Regen deutlich, ich betone, deutlich einfacher als im Trockenen. Denn im Regen kann man einfach die ganzen Kurven in einem deutlich höheren Gang durchfahren und man ist einfach mega langsam. Man hört es, der Motor ist total untertourig. Aber letztendlich, ja, scheint das dem Spiel besser zu gefallen. Wir sind über eine Sekunde im positiven Delta, fast zwei Sekunden im positiven Delta und haben hier einfach mal den optimalen Benzin verbraucht. Und ich betone an der Stelle nochmal, dass ich hier nicht irgendwie im Training oder so die Schwierigkeit runterstelle oder so. Auf keinen Fall. Ich lasse alles von vorne bis hinten auf 110. Ich habe ja schon mehrere Leute auf Facebook in der Gruppe oder so gesehen, die sagen dann, ja, ich fahre, keine Ahnung, die Trainingsprogramme auf Schwierigkeitsgrad 90. Im Qualifying stelle ich dann auf 100 und im Rennen stelle ich dann auf 103 oder so. Nein, das nicht. Das habe ich in der allerersten Saison am Anfang gemacht, denn da ging es wirklich überhaupt nicht klar. Da hat man nämlich überhaupt keine Ressourcenpunkte gekriegt. Aber jetzt inzwischen, auch wenn es nicht lila ist, dann ist es halt so. Ich muss mich halt richtig mal anstrengen hier, um hier irgendwie was zu erreichen. Und ich denke, das sollte letztendlich auch mein Anspruch sein, sage ich mal. Ja, wir sehen hier das Reifenabnutzungsmanagement. Das hat dann nicht so gut geklappt wie das Benzinmanagement. Dennoch grüner Bereich, 30 Ressourcenpunkte. Wir sind bei 400 und ein paar gequetschten Ressourcenpunkten. Und jetzt sind wir schon in Training 2. Und da sehen wir, es ist diesmal ein sonniger Himmel. Deutlich entspanntere Bedingungen, um hier die Trainingsprogramme zu absolvieren. Wir sehen, wir sind oben rechts im positiven Delta und das fast 3 Zehntelsekunden. Nico ist momentan auf P4. Im letzten Rennen hatte ich noch gesagt, dass der große Preis von Russland absolut nicht zu meinen Lieblingsstrecken gehört. Eher zu meinen Hassstrecken eigentlich. Hier in Katalonia ist das ganz anders. Die Strecke ist einfach hammermäßig. Also, ich liebe die Strecke, die liegt mir sehr gut. Und ich fühle mich hier wirklich auch relativ schnell, muss ich sagen. Also, es soll jetzt nicht überheblich klingen oder so. Aber das ist auf jeden Fall eine der Strecken, wo ich sagen würde, okay, da habe ich schon ein bisschen was auf dem Kasten hier auf dieser Strecke. Und deswegen, ja, einfach immer cool hier hinzukommen in der Karriere, in einem Online-Rennen, in irgendeiner Liga. Oder hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört. Und, ähm, ja, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich hier in der Lage war, wirklich ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, eine gute Platzierung abzugreifen. Die Frage ist natürlich, ob ich da den Mund nicht ein bisschen zu voll genommen habe. Denn, äh, ich dürfe nicht vergessen, wir fahren hier auf Ultimativ 110. Und auch hier im Qualifying in Q2, da versuchen wir jetzt mit den Mediums zu qualifizieren und verlieren hier die Kontrolle über das Fahrzeug. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Hochmut kommt vor dem Fall. Und das war in diesem Fall leider genau der Punkt. Und das hat jetzt meine ganze Strategie eigentlich durcheinander geworfen. Denn ich wollte hier in Katalunia auf den Medium starten, um dann im Rennen wieder die bessere Strategie zu haben. Aber, ja, die erste fliegende Runde, die ist in die Hose gegangen, wie wir gesehen haben. Und jetzt müssen wir eine zweite dranhängen. Und das ist natürlich erstens schlecht für die Reifener Nutzung und zweitens letztendlich auch schlecht für den Rennstart, wenn wir dann wirklich auf den Medium starten sollten. Auch hier diese lange zungene Linkskurven, extrem brutal für den vorderen linken Reifen. Also der vordere linke Reifen, der ist hier auf dieser Strecke richtig am Leiden. Falls du nicht auf Platz 10 oder besser fährst, startest du nicht im Shootout, also gib alles. Ja, danke Jeff, ich gebe schon alles. Diese Information brauchst du mir nicht geben. Auch hier wieder zu tief reingegangen in die Kurve, das war nicht ganz ideal. Die kann man deutlich enger nehmen und da spart man sich die eine oder andere zehnte Sekunde. Diese letzte Kurve ist sowas von wichtig, da muss man, ich kann es nicht beschreiben, aber die Kurve ist wirklich extrem wichtig. Da muss man quasi inmitten der Kurve, wenn man schon gelenkt hat, muss man schon auf dem Gas sein, ansonsten ist man viel zu langsam auf dem Exit. Und ja, wie dem auch sei, wir sind Neunter mit unserer zweiten gezeiteten Runde auf den Mediums und das ist natürlich gar kein Ruhekissen. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Angst, dass wir jetzt noch nach hinten durchgereicht werden, deswegen habe ich mir gedacht, ne man, ich muss hier noch eine Runde dranhängen und zwar auf den Softreifen. Ärgerlich, denn ich wollte wirklich auf den Mediums starten, aber das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu ein großes Risiko gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, ne komm, klappst du noch eine safe Runde hin und verbesserst dich hier nochmal um ein paar zehnten Sekunden, sodass du hier auf keinen Fall rauskurzelst. Wir sehen, wir sind fast eine halbe Sekunde im positiven Delta und jetzt auch oben rechts fast eine Sekunde, kommen hier aber an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu weit von der Strecke ab. Und wir sehen, es reicht immer noch für den neunten Platz und ich glaube, selbst mit den Mediums hätte es dann doch noch gereicht. Und das ist so das Ärgerliche, was ich mir dann gedacht habe. Wie nur was sei, wir sind in Q3. Auf der letzten gezeiteten Runde hier in Q3 und wir sehen es, Kimi Räkön mit einer 1.18.2. Und das muss man sich mal geben. Im Zeitfahren, eine 1.18.2, das reicht locker und dicke für Top 100 auf der Welthangliste. Eher sogar Top 70, Top 60, vielleicht sogar Top 50. Ich weiß nicht, wie sich die Zeiten inzwischen verbessert haben. Aber ich bin am Zeitfahren 1.17.6 gefahren und die Runde ist wirklich on point, 100%. Mehr geht nicht und damit bin ich, glaube ich, Top 10 oder so. Aber 1.18.2 in der Karriere mit dem Renault, das ist sowas von utopisch. Das kann man so knicken. Und deswegen ist es hier nur, in Anführungszeichen, der siebte Platz mit einer 1.19.1. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Runde wirklich gut war. Aber an einer 1.18.1 von Lewis Hamilton kommt man im Leben nicht dran mit diesem Fahrzeug hier. Ich sage mal, selbst wenn man im Zeitfahren so eine Runde fahren will, dann muss das schon eine Runde sein, die richtig ordentlich ist. Also dann braucht man schon so einige Minuten, so einige Versuche, um die Runde mal hinzukriegen. Denn das ist wirklich nicht einfach. Und wie immer es sei, ich brauche jetzt nicht weiter rumheulen. Die Runde war absolut nicht erreichbar. Aber ich bin zufrieden mit meinem siebten Platz. Hier haben wir kurz gesehen, wie viele WM-Punkte wir insgesamt haben. Wir stellen hier für das Rennen natürlich alle neun Komponenten ein, damit wir die maximale Leistung haben. Und jetzt schauen wir auf die Start-Ausstellen. Wir sehen Lewis Hamilton vor Kimi Reykönel mit einer 1.18.1. Ich kann es nicht oft genug betonen. Dahinter Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen in Reihe 3. Dahinter sind wir neben Sergio Perez, Esteban Ocon auf der 9, Nico Hülkenberg auf der 10, Dani Quiert auf der 11, Carlos Sainz auf der 12, Grosjean 13, Fernando Alonso 14, Schoffe van Dorn auf der 15, Philippe Massa auf der 16, Magnussen 17, Lance Stroll 18 und die letzte Startreihe besetzen Pascal Wehrlein und Markus Eriksson. Und jetzt geht es los mit dem großen Preis von Catalonia hier in Barcelona. Es stehen wie immer 25% Renndistanz auf dem Programm. Werden wir hier einen guten Start haben, das wäre auf jeden Fall wichtig, denn nach dieser Strecke kann man relativ schlecht überholen. Wir sehen, wir haben einen nicht so guten Start wie noch in den vergangenen paar Rennen. Ganz im Gegenteil, werden wir direkt attackiert von Sergio Perez mit einer höheren Topspeed. Wir sehen, Riccardo jetzt hier, oh, leichtes Wheelbanging hier auf der rechten Seite mit Max Verstappen. Jetzt sind wir hier auf der Ausmahn, haben eigentlich die schlechtere Linie, können hier aber deutlich mehr Speed durch die Kurve mittragen und können direkt vorbeigehen an Max Verstappen hier im ersten Sektor dieses Großpreises von Barcelona. Jetzt hier auf der Innenseite von Dani Riccardo. Wir sehen, Walter Ribottas ist auf den Mediums-Reifen zu diesem Zeitpunktstanz unterwegs. Jetzt hier Rad und Rad mit Dani Riccardo. Riccardo jetzt aber hier mit dem besseren Exit und sichert sich hier nach wie vor die fünfte Position und da wollen wir nicht Harakiri-mäßig reinstechen. Das wäre jetzt ein bisschen zu vieles guten gewesen. Aber wieder am Start, insgesamt unterm Strich eine Position gut gemacht. Ist in Ordnung, kann man mit leben. Solange man nicht eine Position verliert, ist eigentlich alles okay. Aber jetzt wird es natürlich richtig schwer, richtig zähl, denn wir haben die Qualifying Pace gesehen von den Jungs vor uns und ja, ich wage mal so die Annahme in den Raum zu stellen, dass das im Rennen nicht groß anders sein wird. USM Hamilton mit einer 1.24.1. Wir fahren eine 1.27.3. Aber wir sind ja auch später losgefahren, aber trotzdem. Wir sehen gleich mal die Abstände so zwischen den schnellsten Rennrunden. Wir sehen, wir sind gerade mal in Runde 2, haben jetzt schon 17% Abnutzen vorne links. Also Reifenabnutzen ist ein absolutes Thema hier beim großen Preis von Barcelona in Spanien. Wir sehen, konnten uns jetzt schon leicht absetzen von Max Verstappen, der jetzt gerade von Sergio Perez überholt wurde. Das ist sehr kurios. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Vos India da auf der Graden eine deutlich höhere Topspeed hatte und dann da vorbeigegangen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Vos India mit das schnellste Auto auf den Graden ist. Aber bisher Runde 4 von 17, wir können noch relativ gut dranbleiben. An Danny Ricciardo und hinter uns die Lücke zu Sergio Perez, die ist konstant bei Pi mal Daumen 2 Sekunden, kann man sagen. Aber gleichzeitig kommen wir auch wirklich nicht näher ran an Danny Ricciardo. Und dann hier wieder so ein leichter Fehler am Exit von der letzten Kurve. Und wir sehen, Lewis Hamilton ist eine ganze Sekunde schneller als wir zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Runde 5 von 17. Abstand relativ konstant geblieben. Gehen wir in die Box. Oh, Kimi Räikkö mit der schnellsten Rennrunde, eine 1,20,9, wenn ich das nicht gesehen habe. Und wir machen jetzt hier den Undercut auf die Medium-Reifen. Bisschen blöd, dass Nico Beck da auch an die Box gegangen ist. Aber kann sein, dass da genug Abstand war, sodass er da keine Zeit verloren hat. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Die Frage ist natürlich, wie weit spielt uns jetzt diese Undercut hier nach vorne, nachdem die anderen gestoppt haben, nachdem sich das Feld quasi bereinigt hat. So ein Undercut kann natürlich auch immer ein bisschen nach hinten losgehen, wenn man dann hier in so eine Verfolgergruppe kommt, die auf alten Reifen unterwegs sind und eine deutlich langsame Speed haben, wie zum Beispiel hier die Saubers. Wir sehen es hier. Gehen hier auf die Innenbahn und gehen vorbei am 1. Sauber. Markus Eriksson und hier mit einem sehr aggressiven Manöver bremsen wir uns rein neben... Wer war das jetzt? Werlein oder Eriksson? Verdammt, ich hab's vergessen. Ich glaube, der Zweite, das müsste der Werlein gewesen sein. Ja genau, es ist Werlein und auch hier Van Dorn überhaupt keine Chance hier auf der Graden mit DRS und Windschatten. Aber jetzt hier auch ein bisschen verbremst. Das hat dem vorderen linken Reifen nicht unbedingt gut getan. Aber es war absolut wichtig, dass wir jetzt hier sofort wieder vorbeikommen an diesen Kampfhänen, denn ansonsten bringt uns der Undercut gar nichts. Geht dann tendenziell eher nach hinten los gegen Sergio Perez. Und dass der noch eine Chance hat hier in diesem Rennen, das möchte ich absolut vermeiden. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Aber wir sehen, Perez ist jetzt an der Box gewesen. Und der Undercut gegen Perez hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen gewirkt. Wir sehen Sebastian Vettel. Da kommt auch aus der Box raus. Hat aber noch kalte Reifen zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Und wir können außen vorbeigehen an Sebastian Vettel. Also hat es doch was gebracht. Wir haben nämlich eine Position im Fernduhr gegen Vettel gewonnen. Jetzt hier war Vettel mit einer deutlich höheren Speed. Ui. Krass. Okay, das war jetzt wirklich auf allerletzter Rille reingebremst. Aber man muss sagen, nicht mal eine Berührung. Also besser kann man einen nicht ausbremsen. Ganz ehrlich. Das war auf jeden Fall jetzt richtig nice. Ne, wo war ich gerade stehen geblieben? Undercut gegen Vettel hat gewirkt. Wobei Vettel natürlich deutlich schneller ist im Rennen. Die Frage ist natürlich, ob er rankommt. Er ist erstmal jetzt hinter dem Williams, den wir gerade ausgebremst haben. Aber jetzt sehen wir, jetzt waren auch einige andere an der Box. Danny Ricciardo zum Beispiel auf der 6. Den konnten wir nicht gefährden durch unseren Undercut. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Lücke zu Ricciardo ein bisschen größer geworden ist. So eine Runde 8 von 17. Auch Magnussen jetzt an die Box gegangen, wie wir oben links sehen können. Sainz auch an der Box, wie wir oben links sehen können. Und jetzt müsste sich das Feld bereinigt haben. Und da sehen wir, wir sind durch unseren Undercut insgesamt eine Position nach vorne gekommen. Also von P6 auf P5. Dadurch, dass wir glücklicherweise Sebastian Vettel mit seinen kalten Reifen direkt sozusagen eiskalt erwischt haben. Höhö, tolles Wortspiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir sehen vorne links der Reifen. 58 Prozent. Genau das, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Der vordere linke Reifen, der ist hier absolut beansprucht. Und wir sind ganz nebenbei auch schon in der letzten Runde dieses Rennens, weil sich in der Zwischenzeit überhaupt nichts getan hat. Wir konnten die Speed von Ricciardo letztendlich nicht mitgehen. Und Vettel ist relativ konstant hinter uns geblieben. Konnte auch nicht so wirklich aufholen. Außer in den letzten paar Runden, da ist er dann doch ein Ticken näher rangekommen. Aber wir konnten hier überhaupt nichts ausrichten gegen Danny Ricciardo. Wir sehen den Abstand 6, irgendwas Sekunden. Und das unterstreicht so ein bisschen auch schon die Qualifying Speed. Also absolut, muss ich sagen, absolut gar keine Chance gehabt hier gegen die Leute, die sich vor uns qualifiziert haben letztendlich. Glück, dass wir da noch Vettel durch unseren Anerkat ein bisschen ärgern konnten. Aber letztendlich hat man hier in Barcelona gesehen, dass die Speed letztendlich nicht gereicht hat, um auf Mercedes und, ja, sagen wir mal, Red Bull schrägisch nicht Ferrari-Niveau zu sein. Denn letztendlich war Kimi Reifen auch schon deutlich schneller. Und ich denke mal, Sebastian Vettel hätte die gleiche Speed gehabt, wenn er vor uns gewesen wäre nach dem Boxenstopp. Ansonsten würde ich sagen, 10 WM-Punkte ist absolut in Ordnung hier für den großen Preis von Spanien. Ich kann zufrieden sein letztendlich. Ich denke, mehr war nicht drin. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie viele Ressourcen konnten wir kassieren. Das sind hier und heute 110 an der Zahl, plus dann nochmal 53 für den Bonus als erster Fahrer. Das bedeutet, wir können hier ein nächstes Update installieren. Wahrscheinlich im Bereich Aerodynamik. Wir sehen, Aerodynamik haben wir gerade 19% Fortschritt. Bei den anderen haben wir schon ein bisschen mehr, wobei Antrieb könnte auch mal langsam wieder geupgradet werden. Aber ich denke mal, ich entscheide mich für die Aerodynamik. 700 Ressourcenpunkte auf unseren Nacken, das tut weh. Aber man will ja vorwärts kommen. Ja, und ich denke, damit sind wir langsam aber sicher am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Falls es so sein sollte, würde ich mich natürlich wie immer über Daumen nach oben freuen. Ich wollte nicht sagen 70 Daumen nach oben, aber 70 Daumen nach oben wären auf jeden Fall richtig nice. Hier seht ihr nochmal kurz, was hier passiert für das nächste Rennen. Entwicklung natürlich fehlgeschlagen. Was auch sonst. Das bedeutet, wir müssen wieder zusätzliche Ressourcenpunkte investieren. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen haben sollte. Bis demnächst und ciao.